Liebe Sportbootfahrer, hallo Technik-Interessierte! Dieses Video soll euch einen Weg zeigen, wie man digitale Schaltflächen auf seinem touchfähigen Bordmonitor selbst aufbauen kann. So kann das aussehen. Die Größe und die Beschriftung der Schaltflächen lassen sich anpassen. Außerdem kann man diese Schaltflächen zusammen mit anderen digitalen Anzeige-Instrumenten in die Open-Source-Navigationssoftware AV-Nav einbinden. Das sieht dann so aus. Und wozu ist das gut? Mit solchen digitalen Schaltflächen kann man WLAN-fähige Relais schalten. Diese wiederum können leuchten und andere Verbraucher im Bordnetz an- und abschalten. Hier ist ein Aufbau zu sehen, der in meinem Boot an die Maststütze gebaut werden soll. Die leuchtende Mast werden sowohl mechanisch als auch digital geschaltet werden können. Das sieht man hier ganz gut. Nun könnte man sagen, dass das Anschalten eines Ankerlichts nicht unbedingt über das Display im Cockpit laufen muss, denn das Schalten passiert nur einmal, abends und morgens. Das sehe ich auch so. Aber anders verhält es sich mit dem Deckslicht, das ich spontan nutzen will, zum Beispiel bei Decksarbeit in der Nacht. Und dann unter Deckturnen, um das Deckslicht an- und abzuschalten, finde ich unbequem. Und für Einhandsegler dürfte die Möglichkeit, das Licht direkt aus dem Cockpit zu schalten, ein ziemlicher Gewinn sein. Was braucht man nun dazu? Einmal einen Raspberry mit SD-Card oder SSD, auf dem der Signal-K-Server läuft und am besten auch gleich AV-Nav. Man kann auf ein Open Plotter-Image zurückgreifen, muss man aber nicht. Bitte schaut auf den einschlägigen Webseiten nach, wie diese Apps installiert werden, siehe auch Links in der Videobeschreibung. Dann braucht man natürlich ein touchfähiges Display, denn im Cockpit mit einer Maus zu hantieren, ist nicht gerade der Hit. Und der Deck mag das am Navi-Tisch anders aussehen. Im Segelnforum stellt das Open Boat Project gerade eine Do-It-Yourself-Version für einen Kartenplotter auf der Basis eines Raspis mit Avauna vor. Als WLAN-Relais nutze ich gern die IoT-Produkte der Firma Shelly. Der Typ Shelly 1 ist 12-Volt-fähig und damit gut für die Bordarbeit geeignet. Wie man das Shelly 1 auf 12 Volt umstellt, zeigt der Link in der Videobeschreibung. So, wie geht man nun vor, um das Ganze einzurichten? Im Signal-K-Server lassen sich weitere Apps installieren, die dann gleich mit der Datenbereitstellung des Signal-K-Servers verbunden sind. Das ist einmal die App KIP oder KIP. Diese App dient dazu, aus den Daten des Signal-K-Servers eigene, gut visualisierte Anzeigen zu generieren, die per Webbrowser auch von anderen Geräten im gleichen Netz ansteuerbar sind. KIP enthält die Möglichkeit, in einem Widget Wahrheitswerte anzuzeigen, deren Wechsel farblich darzustellen und eine Nachricht zu senden, wenn dieser Wahrheitswert sich ändert, zum Beispiel durch Bedienung des Widgets. Das wird unsere Schaltfläche. Dann wird eine zweite App benötigt, die einmal die Rückmeldung der KIP-Schaltfläche verarbeitet und dann den Signal-K-Server mit Daten versorgt. Diese App ist eine visuelle Programmierumgebung und nennt sich Node-RED. Mit der kann man viele schicke Dinge tun, die auch in anderen Videos zu sehen sind. Soweit die Übersicht. Gehen wir also an das Installieren der Apps aus dem Signal-K-Server heraus. Dazu wird die Oberfläche des Servers gestartet. Nach erfolgter Anmeldung wechselst du in den Bereich App Store und suchst dort unter Available nach KIP. Gegebenenfalls musst du das linke Menü auf All stellen. Die Installation erfolgt nach Klick auf die Schaltfläche ganz rechts. Wenn das erfolgreich verlaufen ist, taucht KIP im Signal-K-Menü Web Apps auf und kann von dort gestartet werden. Das gleiche macht ihr mit Node-RED. Suchen, Installieren, in Web Apps finden. Während sich Node-RED installiert, kann man sich schon mal um das Einbinden des Shelly 1 ins eigene Netz kümmern. Dort muss es nämlich zu finden und aufrufbar sein, am besten mit einer festen IP-Adresse. Wie man das mit einem Shelly 1 macht, zeigen euch verschiedene Web-Links, siehe wie der Videobeschreibung. Damit ist dann das meiste zur Vorbereitung getan. Raspberry und Shelly laufen im gleichen WLAN, KIP und Node-RED sind installiert. Es wäre nun ganz schick, wenn ein paar Daten im Signal-K-Server auflaufen würden, damit wir in KIP etwas darstellen können. Dazu installiert ihr am besten das Plugin Signal-K Raspberry Pi Monitoring. Die Installation läuft genauso über den App-Store, wie eben bei KIP und Node-RED gezeigt. Das Plugin läuft erfolgreich, nachdem es eingeschaltet wurde und im Data-Browser Daten zu sehen sind. Dort lässt sich auch die Bezeichnung des Pfades entnehmen, über den die entsprechenden Daten gesendet werden. Hier die Temperatur der CPU. Nun konfigurieren wir KIP. Danach geht es an ein wenig Programmierung in Node-RED. Wir starten KIP am besten über Link in neuem Tab öffnen, damit das Signal-K-Fenster sichtbar bleibt. Nun ist ein Startbildschirm zu sehen, der einiges an Erklärungen enthält. Zunächst aber muss eine sichere Verbindung mit dem Signal-K-Server hergestellt werden. Dazu fordert man im Konfigurationsmenü rechts unten unter Settings einen Token vom Signal-K-Server an. Nun wechselst du in den Signal-K-Server in den Bereich Access Requests. Dort haucht die Anfrage von KIP auf. Gib bitte für die Gültigkeitsdauer Never an und setze die Rechte auf Read-Write. Dann bestätigen und die Verbindung steht. In KIP siehst du im Settings-Fenster nun im linken Bereich vier grüne Haken. Wenn nicht, klicke noch einmal auf Connect. Um nun Anzeigen aufzubauen, muss KIP entsperrt werden. Das nennt sich Unlocking. Das geschieht über das Konfigurationsmenü rechts unten. Dann Configuration und Edit Layout auswählen. Nun erscheinen drei kreisförmige Buttons, mit denen man die Seite editieren kann. Wir werden aber eine neue Seite anlegen. Das geschieht ebenfalls über das Konfigurationsmenü, dann Configuration und Add Page. Die blanke Seite kann man nun einrichten. Erst einmal empfiehlt es sich, Flächen einzurichten, die später Inhalte bzw. Widgets enthalten sollen. Das geht über die Schaltfläche mit dem Buchsymbol. Über das horizontale und vertikale Teilen lassen sich Unterteilungen vornehmen. Am besten baut ihr das so auf, wie hier gezeigt. Über diese gepunkteten Bereiche in den Grenzlinien lassen sich die Flächen in ihrer Größe anpassen. Wir bauen zwei verschiedene Anzeigen für die CPU-Temperatur deines Raspis zur Übung mal auf. Klicke dazu in der linken oberen Fläche auf den Button mit der stilisierten Liste. Nun lassen sich alle möglichen Darstellungsweisen für Daten auswählen. Wir beginnen mit einer Zahlendarstellung. Unter Basic wählen wir den Typ Numeric Value aus und bestätigen mit Confirm. Es entsteht in der bearbeiteten Fläche eine neue Schaltfläche mit einem Zahnrad-Symbol. Damit wird das Widget nun editiert. Bitte aufklappen. Über Label bekommt das Widget einen Namen. Die anderen Einstellungen des Fensters lassen wir erst einmal beiseite. Wichtig ist der Menüeintrag Path. Damit verbinden wir das Widget mit dem richtigen Datenpfad, der vorher im Signal-K-Server eingerichtet wurde. Bitte den richtigen Pfad aussuchen und per Linksklick bestätigen. Nun sollte noch das Display-Format auf Grad Celsius gestellt werden. Dann auf Save klicken und schon erscheint der Wert kräftig und weithin sichtbar. Das gleiche machen wir zur Übung noch einmal in der Fläche links unten. Dieses Mal aber nutzen wir eine schicke Anzeige, ein Gorge, genauer ein Steel Gorge. Die weiteren Einstellungen bleiben die gleichen wie eben. Über die Wirksamkeit und Sichtbarkeit solcher Anzeigen kann man streiten. Ich persönlich benutze an Bord nur die großen Zahlen mit einem E-Book-Reader. Da ist die schnelle Ablesbarkeit am besten gewährleistet. Doch nun zum Einrichten einer Schaltfläche, denn darum geht es ja hier. Dazu nutzen wir die Fläche rechts oben. Es wird ein Basic-Widget eingerichtet mit dem Typ State. Auch das soll konfiguriert werden. Ein Name lässt sich vergeben, allerdings findet sich kein Pfad, den man anklicken könnte. Denn den gibt es noch nicht im Signal-K-Server. Der muss erst eingerichtet werden. Und wie das geht, zeigt ein zweites Video. Das zeigt, wie man den Signal-K-Server mit Node-RED verbindet und dort Pfade für den Server generiert. Wir sehen uns dann wieder hier in diesem Video in einem dritten Teil und dort geht es weiter mit der Einrichtung von KIP und der Verbindung in Node-RED.